Der Karneval in der Region hat mit dem traditionellen Rosenmontagsumzug seinen Höhepunkt in Wittichenau erreicht. Dutzende Fußgruppen und Wagen zogen am Nachmittag auf ihrem Rundkurs durch die Stadt. Tausende Gäste verfolgten das Spektakel. Fantasievolle Kostüme und natürlich so manche Spitze auf die Politik im Großen und im Kleinen dürften natürlich nicht fehlen.